Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach! Heute war ich für euch im Berliner Schloss, das Humboldt Forum in Berlin und habe viele tolle Bilder gemacht in einer Galerie. Wenn euch mein Video gefällt, macht ein Abonnent, Like oder Kommentar. Viel Spaß beim Schauen! Euer Filmstudio Ludewig. Grazie a tutti! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020